Hast du die Medizin genommen? Ja! Aber sie liegt doch noch daneben auf dem Tisch. Ja, ich habe keine. Marlinchen, was sollen wir denn Schönes machen? Mit den Fingerfarben. Mit den Fingerfarben malen? Ja. Aber dann musst du auch jetzt die Medizin nehmen. Ja. Ich mache das. Super. Und? Ich habe das geschluckt. Nein, nein. Okay, now it's quarter past two and maybe we have to wait 45 minutes, hopefully less than 30, until the Medizin is swallowed. See you later.